Wow, was ist da denn los? Ah, da sammelt sich wieder ein bisschen was. Ach, sie sind wohl... Ja, mit Luft kommst du da nicht rüber, Junge. Merkst du das nicht? Alter. Herr, lass es hirn von mir regnen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Drittenort und ihre Besatzung sind bereit. Ulfrock-Transporter einsatzbereit. Ich hab grad das mit den Nippeln gelesen, da musste ich mich doch jetzt direkt mal umdrehen und gucken. Was soll das denn heißen? Ey. Ernst, nix böses und dann kommt so weit. Ulfrock-Transporter einsatzbereit. Massentroduktion Upgrade autorisiert. Wird gebaut. Ja. Ich zeige Ihnen die Gegend. Wir beherrschen diese Gewässer. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Akulow wird bereit für Tauchgang. Meister feuern! Ihr letztes Stützpunkt hat geschlagen. Alter, was ist hier für Raketen fliegen? Diese Gewässer gehören Russland. Akulow und der Unser Tag ist einsatzbereit. Wir lauern unter Wasser. Feindliche Einheiten entdeckt. So, dann fliegen wir da jetzt mal rüber. Oder fliegen, ja, wir fliegen da rüber. Nein, wir fahren da mal eben rüber. Und besuchen die da oben mal. Was machst du denn da? Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Oh, du, wo es schon mal lebt ist. Ein Einheiten entdeckt. Ein Einheiten entdeckt. Ein Einheiten entdeckt. Wir werden siegen. Unsere Feinde werden untergehen. So. Wir sind unterwegs. Akulow wird bereit für Tauchgang. Hört ihr das? Wir sind der Strecke der Verstehung. Sieht ihn in ein Grund. Norpidus. Wir lauern unter Wasser. Oh. Unseren Willen können sie nicht brechen. Unsere Einheit wird angegriffen. So viel Druck wird angegriffen. Psst. Heiße. So, dann lassen wir einfach mal ein paar Akrib durch die Gegend fliegen. Und in der Zeit... Machen wir mal die Luft an. Wann hat das Twitch nicht hier. Also, das war es natürlich. Prost auf der... Prost auf der Engine, der Let's Play-Szene. Habe ich einfach was... was macht? Achso. Überleg grad, was Engine denn ausmacht. Achso. Wieso hat Angel eine Rakete im Kopf? Ein Unfall? Aufwärts! Machte ihn ein Ende. Bald müssen sie kapitulieren. Lange Hälfte wird es nicht mehr raus. Lasst nicht nach. Die See zittert unter uns. Sie müssen fallen. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Stücksfunk wird angegriffen. Feindliche Einheiten wird geplant. Oh, guck mal, hier ist noch ein bisschen was. Wir haben einen Sammler drin. Diese Narren wollen uns trotzen. Ich will aufmeldet sie zum Deal. Gret noch an ihre Besatzung hinbereit. So. Wir haben jetzt den Luftwaffenstützpunkt auch erledigt. Ach komm, jetzt kann ich mich direkt darüber zielen, oder? Was ist das? Eine Einheit wird angegriffen. Jo, das passt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ziel wählen. Ziel wählen. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Na, wo ist die Raumstation? Was ist das? Was ist das? Wird gebaut. Ungeeigneter Bauplatz. Feindliche Ingenieure entdeckt. So, das Zeichen der Freiheit. Der Chat ist lebendig, das stimmt tatsächlich. Das war mal so richtig was zum Lachen. Zu sehen, wie die Welt erbäbt vor uns. Sie sollte nach Haus kommen. Sie werden dort sicher als großer Kriegsheld empfangen. Ich bleibe noch etwas hier, glaube ich. Ich bin süchtig nach mehr. Spaß. Sie haben es geschafft. Die Alliierten sind bezwungen. Dank Ihnen, Kommandant, ist die ganze Welt nun eine wunderbare, große Sowjetrepublik. Auf Sie, Kommandant. Das Volk möchte seinen neuen Premier sehen. Die Zukunft gehört Ihnen, Kommandant. Die Zukunft gehört Ihnen. Ja, das waren die Sowjets.